Guten Abend und herzlich willkommen zum Sachsenspiegel am Abend eines sonnigen Frühlingstages, den viele Sachsen aus ganz unterschiedlichen Gründen zum Feiern nutzen. 2000 neue Wohnungen will Leipzig in diesem Jahr bauen. Das klingt vielen, ist es aber nicht, denn die Stadt zählt zu den am schnellsten wachsenden Großstädten in Deutschland. Also lautet das Motto Bauen, Bauen, Bauen. Um das finanziell stemmen zu können, gibt es die sogenannte Städtebauförderung von Bund und Land. Verfallene Gebäude werden saniert, ganze Quartiere nachhaltig weiterentwickelt. Was mit diesem Förderprogramm bereits erreicht werden konnte, wurde heute in Leipzig gewürdigt, unter anderem von Horst Seehofer. Görlitz und Skorzelitz, zwei Städte getrennt durch die Neiße und doch rücken die Menschen immer mehr zusammen. Ein Symbol dafür ist die Altstadtbrücke. Ganz besonders an diesem Wochenende, wenn die Brücke zum Zentrum vieler Begegnungen wird. Denn die Europastadt Görlitz-Gorzelitz feiert ihre 20-jährige Städtepartnerschaft. Tja und mehr zum Städtefest an der Neiße finden Sie auch bei uns im Internet. Unter anderem ein ausführliches Interview mit Michael Wieler, dem Kulturbürgermeister von Görlitz. Ein anderes großes Jubiläum erreicht heute ebenfalls seinen Höhepunkt. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx wurde in seiner Heimatstadt Trier ein Denkmal enthüllt. Und um das von der Volksrepublik China gestiftete Geschenk gab es im Vorfeld allerdings Heft. Und gefeiert wird auch am anderen Marx-Schwergewicht, in Chemnitz nämlich, jener Stadt, die 37 Jahre seinen Namen trug. Und da Karl Marx zu Lebzeiten der ein oder anderen Feierlichkeit nicht abgeneigt war, würde es ihn sicher freuen, dass solch große Feste ihm zu Ehren gegeben werden. Erst recht am Fuße seines Nisches. Gestern Abend wurde in der gläsernen Manufaktur Sachsens Unternehmer des Jahres gekürt. Vergeben wird der Preis unter anderem von der Sächsischen Zeitung, der Freien Presse und MDR Sachsen. Selten war sich die Jury so einig wie in diesem Jahr. Der Preis geht an den Vogtländer Reinhard Gläß. Man kann durchaus sagen, dem Bill geht's von Sachsen. Also die Sachsen waren heute schon ziemlich sportlich unterwegs, für einen guten Zweck. Beziehungsweise gestern war das ja mit dem Laufen und in Röta waren sie aber auch ganz schön aktiv. Aber um wichtige Punkte zu holen, da waren die Sachsen heute auch sportlich. Und mit letzterem schlagen wir eine ziemlich gute Brücke zur 1. Fußball-Bundesliga. Und zu guten Neuigkeiten von RB Leipzig, lieber Marc. Wir haben nämlich Feierabend und Susanne Langhans präsentiert dazu noch blendendes Wetter. Schönen Abend und bis morgen. Tschüss.